Musik Hauptsache kein Creeper Ja toll, das sind zwei Bloß rein Geh weg Nicht in die Kiste reingucken, da sollst du rein So, dann warten wir am besten mal ab, dass alle brennen Würde sagen, derweil brutze ich mal unser Fleisch Das Fleisch und das Fleisch, ach da sind wir sogar noch Äh, keine Kohle mehr Moment, das haben wir jetzt gleich, ne warte mal, hier mal die 22 mal Mach die Hälfte mal da rein So, das Eisen kann eigentlich auch rein, die Federn können weg, die Eier können weg Äh, hab ich sonst noch was, was weg kann, was ist das hier? Das sind die Seeds, die brauche ich im Moment eigentlich auch nicht Das packe ich mal hier unten drunter Ja, und der Rest kann so bleiben erstmal Gut, da haben wir noch ein bisschen Fleisch Können wir eigentlich immer gebrauchen Na komm So Oh, hab ich natürlich viel Fleisch gesammelt Ihr blöden, verfuckten Creeper, echt Ihr blöden Viecher Kann doch belegen, da komm ich ja vorne auch raus Ich glaube, ich baue mir mal so einen Notausgang Ich hab ne Axt dabei Ja, hab ich doch, Moment Ich glaube, ich muss echt mal Kann doch belegen, wo baue ich das am besten hin Würde sagen, hier in die Ecke rein Obwohl, da komm ich ja gar nicht mehr raus, oder? Ach, Mist, verdammter Na, dann mach ich die nochmal weg So Vielleicht halt noch mal eine Truhe Äh, einen Sitzplatz Egal Äh, ich muss noch grad belegen Wie weit muss ich dann da runter? Ich glaube, drei oder vier oder so Ja, das sehen wir jetzt gleich Noch eine Ja, Leitern haben wir natürlich jetzt nicht mitgenommen Aber ist egal Muss ich da hinten gleich mal hoch Dann muss ich die erstmal umbringen Ist ja alles kein Problem Moment Äh, komm ich auch gleich mal hier raus wieder Das wäre sehr nett Ah ja Äh, was ist mit dem Creeper los? Warum läuft der gegen die Wand, sag mal Äh, was war das jetzt? Komisch explodiert irgendwie Naja Äh, ja Dann bauen wir am besten erstmal hier Die Treppe etwas anders da Auch wenn's mit Dreck ist Ist ja eigentlich egal Hauptsache die Treppe ist anders da Weil Wir kommen Da Nicht mehr runter Dann mach ich das auch gleich mal zu Moment So, dann baue ich am besten gleich mal zwei oder eine Tür Na, ich brauche noch eine Treppe So, dann haben wir erstmal genug Fleisch Äh, Holz Warte mal, habe ich eigentlich noch Holz da? Ja, nur noch Ja, ich habe noch ein bisschen mehr So Äh, dann würde ich sagen Baue erstmal ein paar Stickys Ups, das war wieder Ach, Herrgott Na gut, ich baue es so oder so leider Was auch gar nicht, wie viele Leiter ich jetzt baue Ich würde sagen Ja, sechs Stück dürften eigentlich malerweise reichen Und eine Tür Okay Eine Falltür Bin ich gerade noch mal belegen, ob ich auch eine Falltür baue Gehen die nochmal Da, ja genau Ja, eine brauchen wir nur Die andere können wir eigentlich wegschmeißen So, da kommt nämlich hier erstmal die Falltür rein Sieht natürlich scheiße aus hier Moment, ich muss mal ein paar Cleanstone machen So Huch Naja, macht das mir nix Ja, natürlich Cleanstone Ach, ist egal, da gehe ich halt außenrum Ne, das kann so bleiben Wo bin ich eigentlich nicht zu schaufeln? So Äh, ja komm, den Gang mach ich jetzt auch noch schön Wenn ich einmal dabei bin Kann ich auch das alles verschönern Huch Egal Komm hier noch was hin So, dann können wir wieder hochgehen Und dann guck ich mal Na toll, vier Stück gerade mal Ist ja ne Menge Nur sechs Leidern, ob die wirklich reichen Hm Glaub ich brauch noch einen Autsch Schon wieder, ey Ja, der reicht ja Okay So, die Tür Die will ich am liebsten hier davor bauen Guck, dann setze ich die mal hier hin Und mach dann da oben auch Cleanstone rein Dann passt das zwar Da Aber Lieber noch ein bisschen weiter gehen Und ne Brushed Blade Muss ich dann auch noch bauen Moment Die baue ich jetzt gleich Lassen wir hier die Treppen Oh je, rote Rohes Fleisch Ich hoffe die Treppen reichen Oder eher gesagt Treppen Äh, Leitern Ja, kommen wir natürlich hier raus Aber das ist Echt ein bisschen blöd Moment, ich baue die nochmal ab Und setze ich auf die andere Seite So Ich baue lieber hier an Weil da kommt man bei der Leiter Ja Auf jeden Fall Das geht besser So Cleanstone Sechs Stück Na, gib doch mal ein bisschen Gas Ah, diesmal falle ich jetzt zum Glück nicht runter Na Doch nicht die Tür zumachen So, ne Fackel Könnte ich eigentlich auch mal hinbauen Einen haben wir da über Na ja, gut Egal Baue ich eine hier hin Und eine da hin Und dann Das Ach, verdammt Na egal Dann lass ich es so Jo, ist auch nicht schlecht Kann so bleiben So, ich würde sagen Ich mach noch Ne Fackel hier irgendwo hin Ach, da muss ich natürlich ein Loch hier irgendwo reinschmeißen Moment, ich kann mich ja festhalten Ach, ich bin ja auch doof Äh, Moment Das weg Und das weg Dann mach ich ja zwei Cleanstone rein Da kann ich auch ne schöne Dings reinsetzen Ne schöne Fackel Na, gehst du jetzt runter Achso, ich muss ja grad drei setzen Na, das ist ja doof Naja, egal Ach, schon wieder die Cleanstone leer Verdammt Brutzel schneller 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 Verdammt Ach, da unten ist ja die Fackel drinne Warum ist ja eigentlich noch Erde drinne So Lalalalala Ach, du Scheißgeber Da kann er da hängenbleiben Ist mir grad mal wurscht Mann, brutzelt doch mal schneller Vielleicht kann er zwei Jahre warten Bis du mal fertig bist Brauch noch mehr Lalalala Ich weiß, ich könnte auch zwei Ofen nehmen Nicht so komisch aus da oben Aber Nö Mag ich jetzt grad auch mal nicht Allein mal hier immer Notausgang Falls mal Wieder da oben Viecher sind Und man kommt so nicht raus Gute überlegen Ob ich irgendwas anderes baue Der Weile Na komm Ich bring jetzt mal der Weile Den Keeper um Komm her Ey Ich glaube es hackt hier Na komm Na komm So Wird dir mal Zeit So Hopp Hopp Das ist eine Spinne Kann man nicht gebrauchen Also kann sie ruhig da Bleiben So Vier Stück Ach her Gott Mach doch mal schneller Das dauert mal so lange Verdammt Ich brauch noch ein paar Eins Zwei Ja Und vier Stück Ne fünf Stück Ach da oben ist auch noch Erdetonne Ich glaube fünf Stück Oder sechs Stück Brauche ich glaube ich noch Kann sich ja nur um Stunden handeln La 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 Verrottet das Fleisch kann eigentlich weg Weil Es ist so oder so Nicht die Hälfte Mach ich ja auch mal weg Können wir nicht mal was essen Ja Komm ich erst mal lieber was Jam 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 Lecker 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 Hmm Lecker Fleisch Fleisch ist so oder so immer lecker So hier haben wir noch einen Sticky Na gut Dann kann man ja mal lassen So dann haben wir fünf Stück Können wir derweilig schon mal wieder runter Na Gehst du runter Da oben muss noch eins rein Ach da oben können wir keine Fakke setzen Äh Fehlen noch zwei Stück Und dann ist der Raum mit Cleanstone ausgelegt Das gefällt mir natürlich Normalerweise braucht man ja hier die Die Falltür nicht Aber ich will halt da nicht runterfallen Falls ich mal Also runterfallen tue ich so oder so nicht Aber ich meine da kann ich halt mal drauf gehen Achso Brushlet Blade wollte ich mal bauen Die mach ich aber aus Cleanstone Weil das sieht aus mich Besser aus Ich glaube zwei Stück brauche ich dafür Na komm die Restkohle kann ich drinnen lassen Kann so ein bisschen weiter brutzeln Halt Ich muss da da hin Und zwei Ja Alles klar So die setzen wir natürlich hinten rein Ist ja wohl klar Also da hin So Obwohl ich könnte doch eigentlich hier auch Gerade gesehen habe auch hier Hier ein bisschen Platz machen Also ich sage euch gleich Ich will auf jeden Fall jetzt Nicht so großartig weiter bauen Und ich möchte eigentlich ein anderes Gebiet finden Dann wird es so oder so dunkel Dann passt es hier So das war es so oder so Dann machen wir die Steine wieder raus So la Die schiebt man dann da rein Die können hier irgendwo hin Ist ja wurscht Äh ich würde auch sagen Ich suche mir dann nochmal zwei Wolle Aber jetzt nicht Gehe erstmal schlafen Die andere Tumor muss ich echt mal reingucken Hab ich da irgendwas reingemacht Weiß ich das gar nicht Ja achso da hab ich Kunstzeug reingemacht So eine Wolle Wir brauchen Holz Müssen wir noch ein bisschen mitnehmen Äh Stickies hab ich erstmal genug Das kann erstmal auch hier weg In Cola mal 15 Kann man auch gut bauen Leiter Ne Brauchen wir einen Moment nicht Ach die Spille tut mir so oder so nix So lass uns mal gucken Ob wir hier irgendwo Ach ich kann hier auch die Eine Schere craften Bin hier auch doof Moment Mach ich mal eine Schere Oder hab ich nicht noch eine Ach ne die hab ich glaube ich letztes Mal verloren So Schon hab ich ja eine Schere Dann kann ich mir unterwegs sein Bett bauen Mal gucken ob wir irgendwo ein Schaf finden Aber ich schätze mal Ne Ich hab schon gedacht Der war ein Creeper oder so Äh Enderman doch schon wieder Naja Egal So Wo waren jetzt die Fackeln da Waren sie Den folge ich jetzt Das hab ich im letzten Mal Außer gemacht Ich weiß gar nicht warum ich eigentlich aufgehört hab Hab ich da keine Energie mehr gehabt Kein Futter mehr gehabt Oder was war das Ich weiß es gar nicht mehr Keine Ahnung Ach hier haben wir doch ein bisschen Sand Und da kann man ein bisschen Sand abbauen Ich muss sagen Die 8 Bit Muck gefällt mir eigentlich so geil Die ist gar nicht schlecht Erinnert mich irgendwie an An Retro Also allgemein an Retro Weil 8 Bit Ist klar Das ist Retro Also alt Aber ich meine jetzt Der Stil der Der Musik Ist irgendwie ganz geil Richtig schön Retro Kann man Erinnert mich irgendwie an Amiga Und Commodore Um das zu anhören So Wie viel haben wir denn jetzt schon 47 Mach aber Lieber 64 Stack voll Der war natürlich auch sehr schlau Naja ist egal So hab ich 64 Stack Ja reicht Natürlich noch einen Mehr aufgesammelt Geh weg da Brauch ich mich nicht Weil 64 Stück 64 Stück reicht erstmal So Dann folgt mal einfach mal Die Fackeln wieder Da hinten ist noch eine Können natürlich auch einfach laufen Aber Hm Was haben wir da Ein Schaf Sehr schön Sehr schön Dann haben wir ja alles Was wir brauchen Ein Bett Könnte ich mir eigentlich Direkt bauen Und eine Grafting Table Brauche ich so oder so Ein unterwegs Grafting Table So dann baue ich mal Ein Bett Light Crow Auch nicht schlecht So Dann haben wir ein Bett Und dann werde ich halt Die Kohle nicht Den Kompass Naja Könnt ihr mal da drin lassen So Ähm Wie gesagt Ich folge den Fackeln Geh meinen ganzen Weg nochmal zurück Essen brauen im Moment erstmal nicht Und erstmal genug Ja ich würde mal sagen Ich renne nicht Weil das ist immer ein bisschen doof Fehlt noch Magie Wo geht es denn eigentlich hier lang Äh Eine Spinne Wie sieht die hässlich aus Pfeil und Bogen Hätte ich mir eigentlich auch bauen können Wenn ich schlau gewesen wäre Hau ab Händeraugen Woh 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 Verschwinde Ich hab gesagt Verschwinde Willst du denn Na komm So Wo geht es denn hier lang Verdammt Kohle Na komm Hier müssen wir mal mit Kommt ja kein Creeper oder so Das würde ich jetzt gar nicht witzig finden Echt nicht Äh Doch nicht das Bett hinbauen Aber das gefällt mir gerade mal nicht Einen Moment mal gerade War schon ein bisschen besser Ich muss auch sagen Die Mucke gefällt mir eigentlich ganz gut Und die passt eigentlich ganz gut zu Minecraft Also naja gut Hm Jeim passt sie zu Minecraft Aber 8 Bit Ja das passt schon Oh man hat sogar Eisen noch Ich glaube das ist schon noch mehr Ja Noch mehr Ja da oben Da oben ist noch mehr Haben wir noch mehr Ne Das war's Na gut Nehmen wir die Kohle noch mit Jo dann nehme ich wieder 25 Minuten auf Musste gerade mal nachschauen So Die Kohle noch mit Noch mehr Ne okay Müsst du noch aufpassen Nicht dass uns wieder hier Irgendein Vieh Ah da ist ja gar nichts Was war das denn Für ne komische Höhle Hier ist ja gar nichts Hm Okay Da oben Das sah nicht so aus Das war's schon Hm Okay Na gut Dann gehen wir wieder nach oben Wenn das so oder so Nicht so viel ist Folgen wir wieder den Fackeln Ist eigentlich ein ganz guter Wegweiser Muss ich ehrlich sagen Noch mehr Fackeln Ne So wie ich spontan sehe Keine mehr Na gut Dann Bauen wir die Fackeln weiterhin Man könnte das natürlich auch mit Schildern machen Äh ja Man könnte das natürlich auch mit Schildern machen Aber Ich weiß nicht Finde ich ein bisschen Cool Ein bisschen aufwendig Mit Schildern und so Na Schweini Hm Jo mal gucken Was man schönes findet Also ich möchte gerne Ganz geile Ebene haben Äh Moment Das gefällt mir gerade nicht Ist das Mal weitermachen Ja das lass ich mal laufen Hört sich schon mal nicht schlecht an So Dann würde ich sagen Hier ne Fackel hin Sieht man die da unten Ja das sieht man Alles klar Sonst wäre ich nochmal ein bisschen runter Gegangen Und hätte nochmal ne mehr Ne Fackel hingesetzt Ähm Ich würde sagen Ich setze hier auch mal eine hin Sieht man die da oben Naja Ich ziehe mal hier nochmal eine hin Und folge wie gesagt Den Weg Steck Mal auf Wie viel Facken hab ich denn dabei 64. Steck Alles klar Dann haben Brauch ich ja keine Angst Was ist denn hier los Moment das Äh Okay Whatever Jo das gefällt mir auch Das sieht Ist eigentlich nicht schlecht Jo ich werde sehen Dass ich immer mal Äh die Mucke ein bisschen wechsel Wie immer die selbe Playlist läuft Je nachdem wie ich lustig bin Suche ich mir die Playlisten raus Ich hab noch ein paar Glaub ich gemacht Ich weiß es gar nicht Und Schweine Brauch ich so oder so Im Moment nicht Fichtenwald Das ist ein Fichten Also sollen sie mir den darstellen Hm Muss auch feststellen Obwohl ich mehr Programme Am Laufen habe Rennen er doch Ganz schön schnell Also äh Kann man nicht anders das sagen Geh mal weg du Schwein Mal überlegen Wo gehen wir denn lang Hm Die Fackel war Geh doch mal weg Die Fackel war gerade mal Geh doch mal weg einfach Die Fackel war gerade ein bisschen Unnütz Hm Warum ist jetzt in Minecraft Immer so viel Wald Finde ich ehrlich gesagt Ein bisschen doof Weiß ich nicht Na gut Gehen wir einfach weiter Und weiter Und weiter Und weiter Bis wir mal irgendwo Eine schöne Stelle gefunden haben Wohl worum setze ich gerade Fakkel frage ich mich Hab da ein Kompass dabei Verdammt Äh hier brennt Das ist es Was ist ja Was ist ja auch ein Kompass Ich kann das Und dann Das ist ja Dürfen Geh doch mal weg Dann